Er hat sogar die Mitte erwischt, dann hast du nochmal extra hoch gedotzt. Ich kann's halt, ne? Kann man bei denen auch springen bei den nächsten? Nein, da ist mir noch was. Versuchen wir's mal! Dann stehst du! Ja! Uns fährt die ganze Zeit so'n Friedkiller. Oha! Hardcore! Warte mal! Ich hab wirklich so'n Hard-Zio! Ja! Jetzt ist er weg! Wir hoffen was! Wir können auch nach rechts rum und die ganzen Geländewege fahren. Määäääähähähä! Und du willst doch schnell hier wirklich dahin! Okay! Yes! Kommt irgendwas von hinten angeschlichen. Wir fliegen, Furz. Oh, Tibi. Ich liebe es. Hä? Jetzt hören wir noch, ob ich gerade fahre. Nee, du kannst gerade fahren. Hast du ihn mitgenommen? Schade. Danke! Doch, du hattest mich erwischt gehabt. Naja. Ich wollte eh gerade hier eine Abkürzung. Ups! Schubrakete. Könnten wir eigentlich nicht. Und wer bleibt zu hängen, Andi? Oh! 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 Wow! Oh! 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 Kilometer entfernt. Auf den drei Kilometer können wir noch viel Spaß haben. Einfach geradeaus schätze ich mal, wa? Ja. Erstmal. Rechts abwiegen. So, das kam zu spät. Vielleicht auch ein Gedanke, Handbremse. Nein! Ui, danke. Okay. Oh, das ist schon. Und... Nein, nein! Sieht nicht wie früher. Das ist ein Bild! Ja, tune in! Tunen, tunen, tunen! Nein! Jo. Jo. Kann ich, äh... Soll ich erst Level 1, oder kann ich direkt auf Level 2 hoch? Doch, äh... Ich glaube, dass das, äh, würde sich dann stacken. Ne, das ist nur, weil du zuerst, wenn du eine Stufe 1 freigeschaltet bekriegst. So, 265 macht er jetzt. Was soll ich denn anfangen? Meine beiden Türen sind draußen. Und hier irgendwo muss noch ein Drack sein. Richtig, geradeaus. Ey, ich glaube, die Leute, die auf dem Motorrad sitzen, die kann man doch runterschubsen. Irgendwo hier ist das. Ah, ich krieg Anzeige. Ja, hier hinten. Ja, Leute auf dem Motorrad kannst du killen. Genau. Die fallen runter und kommen dann, äh, auf der letzten Straße halt wieder raus. Glaub mal, ey, der fliegt gleich, der neben mir. Nee, ich glaub, der hat nen Tank-Mod an. Nein, hat er... Der war jetzt geil. Ich glaub, der hat nen Tank-Mod an. Äh, nein, hat er nicht. Ja, das Fingere denn gerammt hat, da stand er noch. Aber wahrscheinlich... nicht fest genug. Da muss doch eigentlich vor runter geflogen sein. Denkst du, ich krieg dich nicht von deiner schulen Goyko und GAH! 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 Gian! Gah! Gah! Vergiss! Nein. Ich bin nicht neulich. Ich bin nicht neulich. Nein. Also Motorräder fahren oftmals etwa 160 oder 170. Die sind nur ein bisschen schneller als normaler. Was? Ich bin so rasch. Nein. Nein. Hast du das gesehen? Nee. Da mein ich ja, Paul! Ach, ich rutsche. Nein. Nein. Die Krackautomatik, ey. Die gibt mir keinen ersten Gang. Nein. Ja. Ich glaube, da ist Wasser. Du kannst... Ich werde nicht kommen. Den Berg ja auch hoch! Ich schaffe es. Ich schaffe es! Was? Du hast ja auch voll getunt auf 3. Die Emi sitzt auf 3. Ja! Oh! Alter, der entglückte Motorradfahrer hat den Hedge jetzt voll weggehauen. Ich hab den gerade mit den Arielle voll weggewamst. Der mit dem Arielle Colora, ja. Den kippen wir doch! Mal auf müssen, Powell! Dritter Gang, dritter Gang, dritter Gang, weiter Gang. Nein! Habe ich Powell gerade umgenatzt? Habe ich Powell umgenatzt? Sag bitte, bitte, bitte! Ja, mach so. Habe ich? Ernsthaft? Schnell. Ja, mach so. Ja, mach so. Ja, mach so. Hm, Hattie Ivory Portal View, lol Schon erstaunlich was so Gerke mal hier hochkommt ... ... ... Das war's. Ich meine man kann ungefähr 8km weit schauen, in dem Spiel hier. Ich bin ja auch nicht blöd. Ich bin ja auch nicht blöd. Ich bin ja auch nicht blöd. Ich bin ja auch nicht blöd.